Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 20. Juli 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1227. Heute mit den folgenden Themen. Chrome OS, Samsung, Apple, Prime Video, Google, Nova Launcher und Slack. Ich starte zuallererst mit Chrome OS oder Chrome OS oder kleingeschrieben Chrome OS. Na, wie heisst das denn jetzt? Google verwirrt wieder mal. Ne, sie haben nicht einen Dienst gestrichen. Sie haben wieder mal einen Dienst umbenannt. An was das liegt, weshalb, ob das mehr die Abgrenzung von Chrome, dem Browser ist, gegenüber eben dem Betriebssystem, was das Chrome OS ist und den neuen gestarteten Chrome OS Flex und oder ob das eine Annäherung an die Apple-Geschichte ist. Da nennt sich ja auch alles iOS, Mac OS, Watch OS, ohne Abstand dazu geschrieben. Wer weiss es schon. Noch verwirrender ist aber, dass Google das in Entwicklungscode und auf der Webseite und in der Kommunikation nicht gleich hält. Also, ja, nichts Neues bei Google. Zumindest ist kein Dienst gestorben. Das ist schon mal etwas. Es gibt Neuigkeiten, zumindest wenn es um Analysenfirmen von Canalys geht, die aber nämlich bekannt gegeben, dass der schrumpfende Smartphone-Markt, der mittlerweile unter 300 Millionen Smartphones pro Jahr zusammengeschrumpft ist, die aktuelle Weltlage und alles drumherum hat da natürlich Einfluss drauf und natürlich auch der Chipmangel, der ist neu aufgeteilt worden. Gewachsen ist nur Samsung von 18 auf 21 Prozent und Apple von 14 auf 17 Prozent. Geschrumpft sind dafür die ganzen Chinesen, die in den letzten Jahren deutlich gewachsen sind, teilweise richtig stark gesunken oder zusammengeschrumpft. Schade, unschön, aber so geht der Markt nun mal. Ein Auf und Ab. Und ein Auf und Ab ist es auch in Prime Video. Da gibt es nämlich bald schon eine neue Optik. Angekündigt wurde sie von Amazon selber. Das User-Interface soll neu dargestellt werden, soll frischer dargestellt werden, soll anders dargestellt werden. Neues Navigationsmenü mit mehr Sport drin, vor allem Live-Sport und so weiter und so fort. Wer also da Kunde ist, sollte sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Dann ein fast schon heftiger Schritt, was Google geht, nämlich in Europa, im europäischen Wirtschaftsraum zumindest, erlaubt Google nun alternative Bezahlsysteme. Zumindest, es geht um den Play Store. Zumindest, wenn es nicht um Spiele geht und was war es nochmals? Nicht Spiele und nochmals irgendwas. Natürlich ausserhalb der EU. Da geht es weiterhin kostenpflichtig weiter mit der Google-Lösung, also über Google Pay, dem eigenen Abrechnungsdienst. Die alternativen Bezahllösungen könnten zum Beispiel Paypal sein. Wenn ein Kunde das nutzt, sollen die Entwicklergebühren von 15 auf 12 Prozent, also 3 Prozent, runtergehen. Somit bin ich mal gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich freue mich schon auf das ganze Chaos und das Hin und Her und die mühsamen Geschichten, wenn es dann darum geht, wo habe ich jetzt dieses Abo nochmals abgeschlossen? Wo kann ich es kündigen? Warum geht da immer wieder Geld weg? Und solche Geschichten. Dinge, die nicht sein müssen, nach meiner Meinung. Aber die ist ja bescheiden und eben auch meine Meinung. Der Nova Launcher, das ist derjenige, der am meisten genutzt wird. Das ist ein Aufsatz, den ihr euch auf euren Android-Smartphone obendrauf machen könnt. Was kann der neu? Nicht viel mehr, das kommt erst noch, aber er wurde verkauft an Branch Matrix. Und warum ist das passiert? Ja, Nova Launcher hat wahrscheinlich einen Käufer gesucht oder war offen dafür Gespräche. Branch Matrix braucht ganz viele fleissige Nutzende. Die ihre Technologie weiter nach vorn bringen. Die haben nämlich eine Plattform, über die sie quasi eine Deep-Link-Messung oder Verwaltung zur Verfügung stellen. Das heisst, Entwickler, die wissen möchten, was die Nutzer in ihren Apps drin machen, die nutzen den Dienst von Branch Matrix. Und somit hat sich jetzt Branch Matrix sein Kundenfeld deutlich erweitert, indem sie etwas dazu gekauft haben, was von ganz vielen Menschen genutzt wird, nämlich ein Launcher. Und da werden wahrscheinlich jetzt dann ganz viele Daten mit hin und her fliessen. Branch Matrix selber sagt, Datenschutz sei wie in ganz hoch. Die Daten gehen nicht nach aussen, werden nicht verkauft. Die ganze Geschichte passiert auf dem Smartphone etc. Ich würde das ein bisschen genauer beobachten wollen in der nächsten Zeit. Zum Glück nutze ich diesen Nova Launcher nicht. Und zu guter Letzt Slack habe ich schon länger nicht mehr so richtig auf dem Radar gehabt. Die haben schon, oder ich habe schon länger nichts mehr davon gehört, so muss ich sagen. Das war ein weichenlang richtiger Hype. Die erhöhen das erste Mal seit 2014 ihre Preise. Zwar ab September 2022, genauer gesagt am 1., gehen die Preise nach oben. Schön ist auch, der kostenlose Plan wurde angepasst. Da gibt es keine Grenzen mehr bei den Nachrichten, sondern nur noch im Verlauf der Tage, wie lange ihr auf den Verlauf zurückzugreifen könnt. Aber alles, was ihr dazu braucht, ist in den Shownotes mit verlinkt. Da könnt ihr euch mit einlesen, solltet ihr dann Slack brauchen. In diesem Sinn, das war es für den heutigen Tag. Euch einen schönen Tag. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.